so also eine runde rocket league 1 gegen 1 ich hoffe ich stelle mich jetzt mal langsam ein bisschen besser an als sonst immer ich glaube ich muss dann wieder als aber glaube so nicht naja dann kriegt er nicht mehr jetzt mit dem tor schießen habe ich auch noch meine probleme aber egal jetzt habe ich doch ausgenutzt dass er nicht zu mir gefahren ist ohne oder fuck da habe ich mich blöd angestellt hätte ich doch irgendwie den ball retten müssen jetzt habe ich aber eingekriegt ja kein wunder wenn er immer am tor war oder der schon wieder ich habe jetzt ein extrem leichten gegner erwischt gut ich habe 300 oder was punkte bei reinkt also oh nein ach fuck ey ne oder oh Aaaaaaah! Komm der muss rein Yes Nein So typisch wieder von mir. Was war ich denn für ein Scheiß jetzt? Es ist so blöd angestellt gerade. Ah jetzt trifft es dann auch auf einmal. Yes, das war mal ganz gut gemacht. Oh, wieder. Nein. Oh, das wär's jetzt. Ich geh rein. Jetzt hab ich auch noch Glück. Ah fuck, jetzt wollte ich ganz schlau machen. Verstehen ihr, warum der am Tor stehen bleibt? Ich kapier's einfach nicht. Nee, so und nicht mal guter. Ah, was mach ich denn von mir? Oh, zum Glück haut er den sonst hin. Jetzt stell ich mich wieder zum Schluss hin richtig dämlich an. Oh, der darf denn selber nicht. Fuck ey. Komm. Naja, okay. Schluss. Naja, aber Sieg. Ach, drei. Obwohl ich hätte noch viel mehr Tore machen müssen, ey. War mal ein schlechter Gegner, ey. Ja, aber ein Sieg. Was heißt? Was soll's? Was heißt? Ich bin völlig verwirrt heute schon, ey. Was soll's? Hoher Sieg. Super. Also, bis dann. Tschüss. Bescend. Bis dann. Au.